Na, bereit für den Schock deines Lebens? Nur 43% von dir sind wirklich du. Der Rest sind Bewohner, mikroskopische Lebewesen, die dir ermöglichen, korrekt zu funktionieren. Sie leben hauptsächlich in deinem Verdauungstrakt, aber auch im Rest deines Körpers. Und sie verlassen ihn nie. Du bestehst sogar aus weniger eigenen Zellen als mikrobischen. In dir gibt es ca. 100 Billionen von ihnen. Wenn du alle in deinem Körper lebenden Mikroben zusammennimmst und ihre Gene zählst, kommst du auf eine Zahl zwischen 2 und 20 Millionen Genen und Genkombinationen. Tomaten haben mehr Gene als Menschen, also die, die wirklich uns gehören. Aber keine Bange, nicht die Anzahl der Gene, sondern die Komplexität ihrer Verbindungen ist von Bedeutung. Unser Gehirn ist ziemlich groß, fast so groß wie ein Kopfkissenbezug. Es passt nur in unseren kleinen Kopf, weil es stark gefaltet ist. Könntest du es ausbreiten, würdest du sehen, wie groß dein Verstand wirklich ist. Wenn du älter wirst, schrumpft dein Gehirn. Im Alter von 75 Jahren ist es deutlich kleiner als mit 30 Jahren. Der Schrumpfprozess beginnt mit 40. Davon ist jeder betroffen, aber unsere mentale Stärke leidet nicht darunter. Die Kapazität des Kurzzeitspeichers unseres Gehirns umfasst lediglich 7 Bits. Bemühe dich erst gar nicht um den Vergleich mit deinem Handy. Auch nicht mit dem Ziegelstein, den du 2005 ein Handy nanntest. Ein mickriges Byte besteht aus 8 Bits. Deshalb kannst du dir nicht mal eine Telefonnummer merken. Unser Kurzzeitgedächtnis funktioniert wie eine Tafel. Du kannst darauf schreiben, aber früher oder später geht dir der Platz aus. Das Kurzzeitgedächtnis ist für alltägliche Aktivitäten wie einfache Unterhaltungen, Navigation durch eine Stadt oder das Nachmachen von Bewegungsabläufen eines Trainingsvideos essentiell. Unsere stärksten und emotionalsten Erinnerungen sind meist nicht echt. So funktioniert unser Hauptspeicher. Wir sind überzeugt, dass alles, an das wir uns erinnern, real ist. Dabei sollten wir uns nicht so sehr auf die Details verlassen. Deine Knochen werden im Alter spröde und deine Wirbelsäule wird gestaucht. Daher sind ältere Leute meist kleiner, als sie einst waren. Darüber hinaus bist du morgens größer als abends. Deine Wirbelsäule kann sich, während du schläfst, ausruhen. Der Effekt ist allerdings nur temporär. Außer im Alter, da bleibst du klein. Unsere Lebensspanne ist in unseren Zellen programmiert. Sie erneuern und teilen sich ständig, aber sie besitzen eine Art inneren Wecker, der sie irgendwann abschaltet. Einige Zellen hören früher auf, sich zu reproduzieren als andere. Im Schnitt teilen sich Zellen nicht mehr, wenn wir ein Alter von 100 Jahren erreichen. Das bedeutet, wenn wir einen Weg fänden, den inneren Wecker zu überlisten, könnten wir ewig leben. Unter allen Säugetieren ist der Mensch das Einzige, das dauerhaft aufrecht gehen und diese Haltung ein Leben lang durchhalten kann. Du magst einwenden wollen, dass Gorillas und Kängurus auch auf zwei Beinen stehen, aber... Kängurus nutzen ihren Schwanz zur Unterstützung und Gorillas halten mithilfe ihrer langen Arme Balance. Körperfett ist nicht nur lästig. Es isoliert, speichert Energie und dämpft Stöße. Das meiste Fett wird an der Hüfte angelagert, weil dort die lebenswichtigen Organe geschützt werden müssen. Das Fett kann dich vor irreparablen Schäden bewahren. Deine Knochen nehmen ebenfalls am Stoffwechsel teil. Sie bestehen vorrangig aus Calcium. Besteht im Blut ein Mangel an diesem Element, geben die Knochen es in den Blutstrom ab. Umgekehrt nehmen sie Calcium auf, wenn zu viel davon im Blut enthalten ist. Sie heben es für schlechte Zeiten auf. Dein Schädel besteht aus 28 Knochen. Die meisten davon sind verwachsen, um dein Gehirn zu schützen. Die Mandibel oder auch der Unterkiefer ist dabei der einzige Knochen, der nur durch Gewebe und Bänder mit dem Kopf verbunden ist. Der kleinste Knochen deines Körpers befindet sich in deinem Ohr. Er heißt Steigbügel und ist gerade einmal so groß wie ein Reiskorn. Der einzige Knochen mit Humor befindet sich in deinem Oberarm. Deswegen nennen wir ihn Humerus. Natürlich nicht. Weiter geht's. Die stärksten Muskeln deines Körpers befinden sich nicht in deinen Armen oder Beinen. Sie sind am Kopf. Masseter ist hauptverantwortlich für das Kauen. Um normal zu essen, muss er der stärkste Muskel sein. Und die Muskeln, mit denen du deine Ohren wackeln lassen kannst? Das sind die Schläfenmuskeln. Sie sind ebenfalls am Kaufvorgang beteiligt. Wir haben zwei wirklich verdammt schnelle Muskeln. Sie kontrollieren die Augenlider. Sie sind die schnellsten Muskeln im Körper. Augen sind sehr sensibel und benötigen Schutz. Wird der Reflex ausgelöst, schließen diese Muskeln die Augen in weniger als einer Zehntel Sekunde. Man glaubte lange Zeit, dass ein Mensch über 10.000 Gerüche unterscheiden kann. Jüngste Untersuchungen zeigten aber, dass Menschen sogar mehr als eine Billion Gerüche differenzieren. Wir erinnern uns auch eher an Gerüche als an andere Dinge und sie können Erinnerungen hervorrufen. Wir erkennen nur lila-blaue, grün-gelbe und gelb-rote Farben. Alles andere ist nur eine Kombination dieser drei Farbtöne. Es ist unmöglich zu berechnen, wie viele Kombinationen das menschliche Auge sieht, weil jeder Mensch eine individuelle Sicht hat. Aber im Schnitt sind es etwa eine Million Kombinationen. Etwa 80% des Geschmackserlebnisses entstehen in der Nase. Wenn du dir die Nase beim Essen zuhältst, schmeckst du fast nichts. Du kannst kaum unterscheiden, ob du ein Stück Schokolade oder Räucherfisch im Mund hast. Wenn du schläfst, nimmst du keine Gerüche wahr. Dein Geruchssinn wird im Schlaf nämlich deaktiviert. Stinkt es in deinem Schlafzimmer ganz fürchterlich, juckt dich das vermutlich kaum. Pfiffi, du böser Hund. Deine Nase dient nicht nur zum Atmen und Gerüche wahrnehmen, sie filtert auch die Luft. Wenn wir trockene Luft einatmen, befeuchtet die Nase sie und kühlt oder erwärmt sie nötigenfalls. Außerdem reinigt sie die Luft von Schmutz. Wir können versehentlich mitgegessene Objekte wie Plastik, Glas, Münzen oder andere Kleinteile verdauen. Sie passieren den Verdauungstrakt innerhalb von 48 Stunden. Es gab sogar mal einen Mann, der ein ganzes Flugzeug vernascht hat. Er brauchte zwar Jahre, aber Häppchen für Häppchen verputzte er den Metallvogel ohne Probleme. Als er gefragt wurde, ob das Flugzeug in ihm bleiben würde, antwortete er, nö, es ist nur auf der Durchreise. Spaß. Apropos Essen. Hast du dich jemals gefragt, warum du nach dem Mittag so schläfrig bist? Das ist ein natürlicher Instinkt. Dein Gehirn denkt, wenn du isst, bist du in Sicherheit. Und wenn du in Sicherheit bist, kannst du auch ein Nickerchen halten, ehe du dich wieder ins gefährliche Leben stürzt. Jeder Mensch hat seinen eigenen einzigartigen Geruch, der absolut unverwechselbar ist. Nur eineige Zwillinge haben denselben Geruch. Unser Gehirn nimmt etwas zu verschenken positiver wahr, als etwas geschenkt zu bekommen. Menschen sind soziale Wesen, daher fühlen wir uns gut, wenn wir etwas für andere tun. Unser Gehirn belohnt uns für gute Taten, indem es Oxytocin, das Glückshormon, ausschüttet. Unsere Augen sind äußerst leistungsstark und besser als jede bisher erfundene Kamera. Trotzdem können wir leider nicht sehen, wie wir selbst leuchten. Oh ja, wir sind biolumineszent, genauso wie viele Meeresbewohner. Nur leider können wir das Leuchten ohne Spezialausrüstung nicht sehen. Schade, ich finde trotzdem schön, wie du strahlst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017